Kennt ihr die Origin-Story, woher die Kettensäge kommt? Also, okay, pass auf. Also, eigentlich hätte ich jetzt gesagt, hat bestimmt was mit Holzverarbeitung zu tun. Aber nein! Nein! Halt, stopp! Wir sind ja hier in Deutschland. Und ich sag mal, Mittelalter. Warm. Finsteres Mittelalter. Oh, Zombies für Hexenhammer. Das ist dieses Buch, was man damals geschrieben hat. Für Holz hat es vielleicht damals noch nicht gereicht. Aber wenn man jemanden in so ein Rad eingespannt hat und der musste dann laufen und das hat so eine Kette betrieben. Und da hat man einfach, weil es einfach Deutschland im Mittelalter war, sag ich jetzt mal, Frauen... Warum denn die Deutschen? Was haben die denn mit einer Kette? Wir haben schon echt viele Rothaarige verbrannt damals. Stimmt. Das war. Doa they sticker noch so viele Dinge. Wer war der Brücke. Aber compounds gibts. Wer war das Ganze. Und bei uns war habez��고 in Deutschland. Und wir haben sie ins Spiritualpektive aus개hen trên F 오늘 ein Sp yap verify. Da für alle nivität Elle환. Bis zum nächsten Mal.